Kumgang Die Form Kumgang Die Form Kumgang setzt sich aus wenigen einzelnen Bewegungen zusammen. Diese Bewegungen werden sowohl auf die linke als auch auf die rechte Seite gleich, jedoch seitenverkehrt ausgeführt. Einige dieser Bewegungen werden speziell erklärt. Auf diesem Video zeigen wir eine Seite vollständig demonstriert, sodass man die Bewegungen der anderen Seite nur seitenverkehrt nachzumachen braucht. Die Stellung ist Chuchumsogi, die vordere Hand blockt von außen nach innen mit Ulgul Anmaki, die hintere Hand von innen nach außen Anpalmok Bakatmaki. Die Linie nach vorne. Zumbi Hecciomaki Patangsongtokchigi Noch einmal Patangsongtokchigin abkubi, Patangsongtokchigi Linie zurück Sonalmaki Sonalmaki Hansonalmaki Kumgangmaki Zurückziehen Kumgangmaki Eine Hand Ulgul Maki Eine Hand Ulgul Maki, die andere Hand Are Maki zur Seite Hecciomaki Patangsongtokchigin abkubi, Patangsongtokchigin abkubi, Patangsongtokchigin abkubi, Patangsongtokchigi Hansonalmaki In ditkubi Kumgangmaki Von der Seitenansicht Ulgul Maki, die eine Hand Are Maki, die andere Kumgangmaki Wir stehen auf einem Bein Das andere Bein liegt an Wir stehen auf einem Bein Aus Haktare Sogi Kumdol Jogi Drehen Noch einmal Umgang Maki Kumdol Jogi Drehen um die eigene Achse Noch einmal Fauststoß zur Körpermitte Kumdol Jogi Drehen Noch einmal gleiche Technik Erster Seitbalken Ausholen Santul Maki Drehen in die andere Richtung Hecho Monton Maki Zurück Hecho Are Maki Dabei ziehen wir das Bein zurück Santul Maki Santul Maki Chuchum Sogi Chuchum Sogi Hecho Are Maki Santul Maki Santul Maki Hecho Monton Maki Hecho Are Maki Santul Maki Santul Maki Chuchum Sogi Hecho Monton Maki Zurück ziehen des Beins Hecho Are Maki Haktare Sogi Kumdol Maki Wir drehen dann wieder zurück Haktare Sogi Kumdol Maki Hecho Are Maki Hecho Are Maki Santul Maki Santul Maki In Dere Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, nochmals die gleiche Technik, Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, nochmals, Santol Maki. Muntong Hecho Maki, Muntong Are Maki, Santol Maki, Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, Drehung, nochmals, Kundol Jogi, Zurücknehmen des Beins, Ausgangsposition, Faro. Muntong Hecho Muntong Maki, Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, Drehung, nochmals, Santol Maki, Haktare Sogi, Muntong Maki, Hecho Muntong Maki, Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, Drehung, Beins, Zurücknehmen, nochmals, Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kundol Jogi, Drehung, nochmals, Santol Maki, Hecho Muntong Maki, Hecho Muntong Maki, Hecho Muntong Maki, Hecho Muntong Maki, Höhere Stellung, Santol Maki, Kumgang Maki, Kundol Jogi, nochmals, ein Zurücknehmen, Givon Chumi. Haktare Sogi, Kumgang Maki, Kau, 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 Kau Vielen Dank. 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 Vielen Dank.